so wie so leckt das denn heute auf einmal gestern geht's voll gut ich bin ich da gestern nein das war mein Zwillingsbruder tschau das so kann aus boah halbes herz WTF ok ich hab äh Spawn Pig, Spawn Skeletten, Spawn Silberfisch 21 Dirt, eine Steinschaufel und ein Sapling scheiß Dreck Sache ja du kannst auch reden ich kann's auch reinlassen ne da kannst du auch gehen ok hau rein, mit Spaß ah jetzt bin ich runtergefallen, alles deine Schuld Glowstone Dust, Sapling, 29 ey kannst du mal auf der Base bleiben soll ich eben sterben? ja und teleport mich ja wie kann ich dich dann teleporten? ja wie kann ich dich dann teleporten? warte äh bist du auf der Base? ja 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 schmutz schmutz der Schnee nicht ist das Mod oder muss das so sein? nein, Schnee schmilzt hier nicht in Minecraft oh ich brenne ich bin nicht mehr nur diese Schnee wenn auf Dirt zum Beispiel Schnee drauf ist im Schnee-Ballium ich glaube ich sterbe jetzt ja kennst du was war hier in der Mitte oh ja nö ist schmutzig sterbe ich lieber mit Swag jetzt ist sauber sterbe ich lieber mit Swag also wie viele spawn-Dinger wir haben alter push das ist das erste was man in den Kindsten findet soll man eben Skalette spawnen? ja du brauch ein Schwert ne gib mir Schwert ich geb dir Schwert ey warte ich mach schon jetzt mach mal ich die Musik aus ich glaub's komischerweise besser obwohl's wenn das Mega-Play war das ist irgendwie bitter gib mir Schwert hier ok spawn motherfucking Hurensohn oh ich hab das Schwert gar nicht in der Hand genommen kam da was raus? ich hab nen Bogen ja ein Pfeil kein Knochen? nein shit jetzt hab ich zwei ach das das Ei immer noch oder? nein ich hab noch keins mehr jetzt ok tu Ei da rein ich hab grad ich hab grad ok jetzt haben wir haben Besuch Fick nicht alter ey das ist gut hier gegen gebratene Fleisch Fleisch ok na jetzt hau viel Spaß viel Spaß viel Spaß werd ich haben jetzt sammeln wir die irgendwie ein ne? jojo jetzt killt er mich denn und so ich hab auch noch Goldnuggets und vergammeltes Fleisch ach vergammeltes oh lecker hmmm wo kann ich auch schon bohren Silberfisch brauch ich nicht ne? Ocelot noch nicht alter die ich will später ne Katze haben aber hier hinter dir ist noch einer ne? boah 3 Fleisch nice was wir mal ah das mach ich jetzt erstmal hier warte ein O-Fing ein O-Fing du kannst auch reden ja ich hab jetzt mal kurz gut drauf dann mach's halt raus na wir brauchen mehr Cobblestone wir brauchen mehr Cobblestone SHIT da ist jetzt Eis was ist das denn? hab ich auch grad gesehen ist anscheinend ein Schnee Biom hä wieso vor allem weil direkt daneben Lava ist aber pfff mhm du 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 ich hör jetzt Mac Miller jo ich lecker ich nicht h da oben ist ein Skelett ne ich bin schon ne ich bin hier mies am Jumpen ich bin mies am Legen hau rein ich war ein bisschen eisen jetzt mal wird mal zeit für gute war weil dann können wir uns diamanten fahren ja bei uns sind direkt drei diamanten so drumherum weiß ja und ich hab jetzt schon drei eisen jetzt gleich jetzt und wenn wir die gebraten haben vor allem gebraten was denn geguckt präziert paniert gepudert gepudert was du hast du gepudert du kannst mal kohle holen ach warte ja ich brauch spitzackel so hier schon boah wie slack man jetzt hab ich die kohle nicht bekommen ja kann man mal pennen gehen weil er leckere ich nicht mehr ich war bis zum bett liegt ja hau rein ihr werdet es nichts anderes sehen bisher im bett liegt die ganze Zeit gehe ich mal facebook die ganze Zeit gehe ich mal facebook das war das bett gehen ich schwimme gerade nach oben so Guck mal auf meine Höhlenanzeige, Leute Irgendwie, als ob ich gerade runterfalle Bin bei minus 5000 Minus 6000 Leute, wir kommen gleich wieder bis Und da sind wir wieder Läuft immer noch so scheiße Naja, bisschen, bisschen besser Keine Ahnung, wieso es heute Komisches Erstmal schläfern St Kommst du jetzt Geht weiter Ein Hau Ja, nicht sofort von jetzt was der Opfer von gestartet wird du hättest auch auf die Zünder sein können ja aber auch nur hier wo auch durch Klo dieser Stelle Mann ist komme er verkehrt Nö, du kannst ja gehen, hau rauf! Genau, da, hau ab! Das wär irgendwie... Keine Ahnung. Keine Worte dafür. Was machst du jetzt? Ich bin jetzt grad hier hochgejumpter. Ich stößt das Eisen in Ophi und du ganz angleichen Diamanten fahren, weil bei dir längst ist so viel. Aber ich würd, oh scheiß, ich würd immer, wenn ein Diamant hat, schon safe zurückgehen, bevor man irgendwo runterfällt. Klingt voll nur blech, aber ist safe. Klingt voll Marcel. Also Pro, ja, ja. Ne, das Gegenteil davon. Peru. 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 Peru? Peru? Pff. Ähm. Brauch' noch Sticks, oder? Entschuldigung, Sticks. WTF? kein kommentar leute kein kommentar du wirst nicht wissen was ich gefunden irgendwie so ein ich glaube das soll ein slime spawner sein aber da ist ein slime im spawner drin im käfig ist da so ein grünes ding drin ähm ok ja muss dir mal ne aufnahme ankommen mein fuck sorry gestern das anfang vom video ne das screenshotern und kann die schlagen können zum wo bist du achtet über mir auch jeder ach da hat sie kommen ich habe es ja noch über ausschiebt von mir gerade ausschütteln ausschüttet drei männern und um um wo sind so nicht Ich falle, ich falle. Bissern runtergefallen? Nö, Ich jump er grad nach oben so. Mit Wasser. Ah, das war ein Tum-Gerunter geplumst. Ah, ah. Die Wappen halt irgendwie in sich. Shit. ja pass auf ne schön hier so ja guck mir zu ungefähr so ne du weißt dass wir noch ein eisen haben du bist du ja ich komme gerade von unten habe schon einen diamanten so voll viele wo ist der nächste diamant block such mal einen diamant block Prozent Finkheit einem Blöcke mehr um ich habe noch nicht gesehen das sind die vorne wegschlagen er der Bobbett bei und wo oben